Ja, das immer wieder mit Terraria! Free, kommst du noch ins Blau-Team? Oh ja, Moment. Meine! Guck mal, wie weit ist jetzt? Ja! Ja, diesmal sind wir nur zu dritt, ist schon mal besser. Ja, und jetzt haben wir hoffentlich gar keine Monster mehr. Alter! Mach mal Licht die ganze Zeit, mach mal dein Orb light. Gute Idee. Dankeschön. Alter. Oh, komm mal rein, der gibt einen goldenen Schlüssel. Oh, jetzt hab ich natürlich die Sticky rausgehauen. Scheiße, jetzt hab ich keine Stickys mehr. Ah, oh. Rot ist es. Truhe hatten wir schon. Ja, hier oben hat weniger schon. Es ist ziemlich weit runtergekommen. Ah, ich bin verstummt. Danke. Oh, das ist ein Magnet. Ah! Vorsicht, da kommt was. Ja. 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 So, ich komm noch gleich rein. Jups. Hupf. Hupf. Nnnu, nnnu, nnnu. Hupf. Hupf. Oh nein, es kommt jetzt teils runter. Oh, ich hasse diese Dinger, ne? Kann man dich irgendwie abbauen oder so? Ne, geht nicht. Pfui, wolltest du nicht in den Kino gehen? Äh, da ist ein leichter Fail passiert. Ach so. Leichter? Wollen wir die Zuschauer mal zum Lachen bringen? Leichter Fail, also ich würde ja schon mal sagen, das ist extra wangert gewesen. Ich hab mich eben mit einer Freundin getroffen. So spontan wollten wir ins Kino gehen. Ich setz mich im Bus, fahr erstmal ne Stunde in so eine kleine Stadt hier in der Nähe. Was ist? Wir sind angekommen nach der Stunde Busfahrt und es ist so verdammt langweilig. Wir wollen endlich in dieses Kino stehen. Wir stehen also vor dem Kino. Und was ist? Sonntag, das Kino hat geschlossen. Und das war dann der größte Abag, den es gibt. Mein Geld. Vorsicht. Wie sich ein bisschen wächst von mir. Alter, diese Keule. Ich weiß, was ich schieße mit deinem komischen Bähnchen. Was? Schießt mit deinem komischen Bähnchen, oder? Sticky Ball, oh yeah! Ja, Gott sei Dank geht's ja nicht hier unter, ne? Wer ist denn hier verreckt? Ah, ein Pyron. Normal, ne? Und der sagte, der wär der, Bro. Der Logo. Mein Silberstück. Der hat jetzt noch so'n Schleimhahn. Nom nom nom, ich hab'n Golden Key. Na, hier hatten wir schon. Wir waren schon ziemlich tief eigentlich. Ja, wir waren schon, wir waren schon eigentlich schon am Boden. Alter. Oh, lol. Die werden hier... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der steht in. Oha. Der hat gerade aber mir im Sinn rumgebackt. Mein Gott, ich bin noch so'n Volliduch. Oh, ja. Damit? Mach die Lammen an. Du kannst die anmachen. Hab' ich. Höh' sie gerade. Hängt der da immer noch oben? Oh, das ist bei mir ein Leckrad. Wuh! Meine Güte, war das knapp. Was ist denn in der Truhr drin? Ah, aua. 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 Gefettes Aua. Ich dachte, er ist nach unten gestorben. Hier sind wir, Zucker gewesen. Na, ja doch. Richtig. Noch'n Golden Key. Aua. Wird immer mit. Höchster Fernkanzler. Voll Cheating, Mann. Voll. Soll. Links ist noch ein Schleim. Ne, doch. Kein Schleim. Ich kann das Ding steuern, wie ich will. Ja, dann geh mal das bisschen erkunden. Weil das macht ja nichts. Wird, ich geh mal kurz. End. Oh Gott. Nicht gut. Nicht gut. Na, unter uns waren wir noch. Ah, hier waren wir schon lange vorbei. Da unten waren wir schon. Unten war nämlich nichts. Wir wollten nach links gehen, aber haben uns dann hier, glaube ich, ausgelockt. Hier war irgendwo noch so ne Pfanne, wo Scheiße von uns gestorben sind. Ja. Das Ding hier ist übrigens so. Oh fuck. Oh fuck. Ich bin tot. Oh nein. Das ist ein Trap. Oh oh. Wo? Hier, bei mir links. Nicht da reingehen, das ist ein Trap. Pass auf. Bau sie ab. Hab ich. Wenn ich aber einen Weile-Torn ausgerüst, dann kann ich gegen die Dinger in den Wänden auch nichts machen. Hey, ist auch einer verrenkt? Oh. Jetzt ne goldene Truhe. Und, was ist drin? Weiß ich nicht. Ich hab zwei Schlüssel. Da kommt ein Vieh zu dir. Pass auf. Da kommt ein Vieh zu dir. Pass auf. Das ist für Dark. Mami. Die Waffe ist richtig geil. Ich hab auch noch einen goldenen Schlüssel. Den hab ich gerade in der Truhe gefunden. Ey, danke. Ich hab auch wieder einen. Ja, toll. Wo brüste ich denn die aus? Hier. Ich hab fünf Schlüssel. Wuuu. Licht die Mache. Die kann gedrückt halten. Oh, really? Ob sie die Hand schild. Ob sie die Hand schild, das ist für Nahkämpfer gut, damit die nicht weggehauen werden. Gimmi. Auch einer. Entweder du oder du. Na, dann nimm sie dir. Ich hab das Schwert schon. Sag, hat Spaß mit seiner Waffe. Jaaaa. Bam, 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 bam. AAAAAAAA. Ich dachte noch, ich hab noch eine Waffe für Nahkämpfer. Es gibt noch so eine... Ich kenn die noch, die Symbole hört. Ja, ja. Die gibt's hier nochmal im Blau. Oh, es gibt noch so ein... Äh, noch eine andere Waffe für mich. So ein Magier. Äh, Balo hört heißt Blue Moon. Ja, genau Blue Moon. Ja, ich wusste nur, dass der funktioniert wie der Balo hört. Vor allem, die macht nicht die Waffe, das ist richtig nice. Ging's hier gleich noch runter? Ja, ne? Ja, hier ging's auch noch runter. BAM, 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 BAM. Aber Papa ist auch noch. Jaaaa. Vorsicht. Wow. BAM. 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 Ja, da unten hat gerade noch jemand einen Key getroppt. Kann das sein? Ey hier weiter runter würde ich sagen, oder? Da ist nichts mehr, reicht jetzt mal. Ich bin gleich... am Arsch. Noch 10 HP. Was tust du, weißt du? Ja, dann warst du's hier wohl, wa? Hier unten ist noch was, hier unten ist noch was, aber da musst du uns irgendwie durchbrauchen oder so. Und ich hab diese Zauberwaffe, diesen Magic Folder, wie es heißt, nochmal gefunden. Cool. Ja, dann müssen wir uns durchbauen. Hier ist ein größeres Skelett. Loy. Wo, wo, wo. Das hab ich schon getötet. Na gut. Ja. Oh ja, laber. Ich lass jedes Mal mit den Dingern treffen, ne? Hier ist ein Herz. Shadow Key, Alter. Shadow Key? Ja. Hier ist ein Herz. Hier ist ein Herz. Ja, wer bekommt das? 120 Klopfer noch. Gibt... Ja gut, gibt's Klopfer. Komm mit dem mal. Werf ich das raus? Aua! Rechtstick, aber Klopfer ist ja schon weitergerannt. Halt ich mal zurück. Hier ist ein Trap, also vors... Ja, ok, hast du mitgenommen. Die kann man gut verbrauchen, die bringt. 20 Silber oder so. Ja, alle meine Tränke mit nem Tschüss. Hahahaha. Vorsicht, das nen... Heel Ding. Äh, nen Feuer Ding. Toll. Ne,火第三bot-MatheChi. He he. Bis noch ne Truhe. Meine. NAA cambi, meine, meine he 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 he. Ei. ...LUNCA-Portion. Keine Waffe oder so? Ne. Alla, hör da Seine, der Tränke in Ruhe. He he. Meine. Huuh! 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 Und es wird eine Rollenschwur. Da ist drin, noch ein Kobaltsschild, oh oh. Ich weiß zwar hier gerade nicht wo ich bin, aber ich laufe einfach mal lang. Ich habe ein Herz gefunden, Papas, da kommst du mal her. Ja, warte, ich habe einen Handgun gefunden. Händler? Handgun. Achso, Handgun. Ich habe auch eine Handgun gefunden. Ich bin gerade nur runtergefallen und ich bin jetzt irgendwo wo noch eine Truhe ist auf jeden Fall. Ich bin hier hinten. Wollte dir nicht viel sagen, ne? Hier geht es mega weit hoch auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall. Papa, du musst hier hochkommen, hier rechts lang. Wo du nach unten gelaufen bist, da ist nämlich ein Herz. Ich wollte echt mal einen Hammer. Ja, oder kann ich dir das Herz mit was anderem als so ein Hammer abbauen? Nein. Äh, ich glaube deine Axt ist auch ein Hammer gleichzeitig. Ne, leider nicht. Willst du? Äh, siehst mich doch in der Gruppe. Hier über dir direkt. Da unten, genau. Äh. Ich habe eine Handgun gefunden. Ich auch. Ich auch. Aua. Kupfer-Axt, komm weg, die Handgun kann mit. Kommst du, Klopfer? Oh Gott, ist hier noch viel. Ja, ne? Leute, ihr solltet vielleicht zu mir kommen. Ne, Klopfer, lass mal zu mir kommen und das Herz abbauen. Hat der immer noch einen Samson? Ja. Ja. Der ist riesig. Der ist richtig krass. Oh Gott. Okay. Bau dich hier oben durch, oder? Ja, wir sind praktisch jetzt gleich schon in der Hölle, glaube ich. Hahaha. Ihr seid so bad, man. Ihr kriegt das endlich das Herz nicht. Was? Oh, Mann. Ich glaub mehr. Dann wird das Herz durch keiner bekommen. Ich geloff den Weg. Hab ich keinen Hammer dabei, Alter? Ich bin plötzlich ein Ei auf den Pulu, okay? Nein. Ich hab zwei Stück. Nein. Ich muss lächeln, ich muss abnehmen, also. Aber schon wieder. Ist ja nicht irgendwie erst vor 20 Sekunden gejoint. Und natürlich wieder fast tot, geil. Äh. Wie gesagt, ich hab noch einen Obstian. Also irgendwie Zombies kommen denn hier? Egal, ich brauch keine Ex-Extes, sowas mehr. Ich glaub, das ist eine Skelette, Darkly. Ja, meine ich doch. Oh, hat Darkly eine Rüstung voll? Was hab ich? Oh Gott, ich hab noch eine Schuhe. Hast du eine Rüstung voll? Ja. Ja. Gut. Ich will auch Klappe, weil wir halten noch ein paar. Wir haben halt auch. Ich bin... Ich brauch nur noch Schuhe. Dann, dann scheiß auf das Herz. Okay, ich hab ein... Ich hab ein... Äh... Blue Moon, oder wie das Ding heißt. Geil. Was? Aweiterung war ein Ballo Herd. Blue Moon. Das Blaue. Hab ich schon den Shadow gefunden? Ja, hab ich. Einen hab ich auch. Nice. Brauchen wir noch einen. Oh Gott. Alter, ich hab mir noch ein Herz gefunden. Wollte mich alle verarschen. Ja, ich bin auch... Ne. Ja, würdest du mal nicht die ganze Zeit sterben? Alter. Ja, ich hab 130 Leben. Oh, ich hab nochmal... Oh, ein Golden Kien. Ein Dynamitstück wieder. Man kann doch bestimmt... Oh, ich hab mich gleich runter. Ich würde mich echt gleich runter. Kann man eigentlich nicht dieses Herz mit Dynamit freisprengen? Nein. Ich probier's. Kann man den Dungeon-Standys zerstören oder was? Doch, mit der Spitzachse. Aber nicht mit Bomben oder... Oh, Mann. Erst mal irgendwo hinstellen und chillen, ich bin nämlich fast tot. Ja, voll die geile Pick-Ex fällt mir grad auf. Bis 11, Alter. Bis Beat sogar. Oh, Mann. Ich bin wieder tot. Kaboom! Und wie ich das Herz freischalten kann. So, ihr könnt mich alle mal... Das sind meine Herzen. Ja, was hast du denn jetzt? Sag Teamplayer. Sag Teamplayer. Ist mir die Lotter, Alter! Wenn ihr alle sterbt kurz zu deinem Herz, das ist nicht mein Problem. Ich warte hier nicht 10 Stunden. Doch in meiner Position sollte ich nicht so was sagen. Das außerdem, ja. Oh Gott. Will irgendjemand zu mir kommen? Ich komme gleich, sobald ich mal das Herz wieder freigeschaltet habe. Okay, hast du schon? Ja. Wie viele... Alter! Leute! Ah! Scheiße! Fuck! Wird weg, die Viecher auch noch. Beruhigend. Die Dynamite ist schon was Tolles. Das glaube ich dir. Vor allem für die Pyromanen wie mich. By the way, kann ich das mal snacken. Bam! Ich höre gleich so. Das ist Mama's dran. Da war ein Gold-Coin! Sollte von mir gewesen sein. Ich habe noch eine Truhe gefunden. Alter, ich höre auf jetzt zu sterben?!